www.penguin-audiabook.com 1. Guten Morgen! Dobro jutro! Guten Tag! Dobar dan! Guten Nachmittag! Dobar dan! Gute Nacht! Laku noć! Bitte! Molim! Gern geschehen! Nema na čemu! Ja! Da! Nein! Ne! Gut! Dobro! Schlecht! Loše! Schön, dich kennenzulernen! Drago mi je! Woher kommst du? Odokle si? Wie geht's? Što radiš? Wie ist deine telefonnummer? Koji je vaš broj telefona? Vielen Dank! Hvala puno! Es tut mir leid! Žal mi je! Das klingt gut! To zvuči odlično! Ich verstehe nicht! Ne razumijem! Könntest du das bitte wiederholen? Možete li to ponoviti? Molim vas! Kannst du mir helfen? Možeš li mi pomoći? Wie viel kostet das? Koliko ovo košta? Womit kann ich ihnen behilflich sein? Kako vam mogu pomoći? Bitte ruf mich an! Molim te nazovi me! Penguinodierbook.com 2. Vorsichtig sein! Budi oprezan! Mach dir keine sorge! Ne brinite! Hilfe! Pomozite! Wie geht es ihnen? Kako si? Ich kann dich nicht hören! Ne mogu te čuti! Ich mag es nicht! Ne sviđa mi se! Wenn sie meine Hilfe benötigen, lassen sie es mich wissen! Ako vam je potrebna moja pomoć, javite mi! Ich liebe dich! Volim te! Ich bin fro! Sretan sam! Ich bin sehr beschäftigt! Ich habe jetzt keine Zeit! Jako sam zauzet! Ich denke, es ist sehr gut! Ich denke, es ist sehr gut! Einen Augenblick! Samo trenutak! Natürlich! Natürlich! Bis später! Wir sehen uns später! Danke für alles! Dies ist sehr wichtig! Ovo ist sehr wichtig! Ich will! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Wo? Wo? Wo ist? Wo ist? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wie viel? Wie viel kostet es? Koliko to kostet? Ili, koliko to kostet? engwenodierbook.com Drei, um wie viel Uhr? Kada? Sie haben! Imaš! Haben Sie! Ima te li, imaš li? Ich verstehe! Razumjem! Ich verstehe nicht! Ne razumjem! Verstehen Sie! Da li razumieš? Es ist! To je! Ist es! Jeli! Wo ist der Bahnhof? Gdje je željeznička postaja? Wo sind die Toiletten, bitte? Gdje su Toileti, molim vas! Zum Bahnhof? Bitte! Do željezničke stanice, molim! Zum Flughafen, bitte! Na aerodrom, molim! Ich möchte! Ich möchte ein Taxi! Ich möchte ein Taxi! Mein Name ist Anders! Wie heißen Sie? Moje ime je Anders! Kako se zoveš? Mein Name ist Maria! Moje ime je Maria! Dein familienname? Tvoje prezime! Was machen Sie beruflich? Koji je tvoj posao? Ich bin ein Fotograf! Ja sam Fotograf! Was studierst du? Was studierst du? Ich studiere Englisch! Ich studiere Englisch! Ich studiere Englisch! Wo wohnst du? Gdje živjš? Wie heißen Sie? Kako se zoveš? www.penguino-dearbook.com 4. Ich komme aus Uppsala, aber ich lebe in Stockholm. Dolazim iz Uppsala, ali živim u Stockholmu. Was machen Sie beruflich? Koja je tvoja profesija? Ich bin Busfahrer! Ja sam vozac autobusa! Was studierst du? Što studieras? Ich studiere Schwedisch und Englisch! Učim Svedski i Englski! Danke und auf Wiedersehen! Hvala i Dovidjenja! Auf Wiedersehen! Dovidjenja! Wie ist das Wetter? Kakvo je vrijeme? Was möchten Sie essen? Što bi volio jesti? Danke vielmals! Hvala puno! Danke dir! Hvala vam! Hotel Bellman, guten Morgen! Hotel Bellman, dobro jutro! Guten Morgen! Haben Sie ein freies Zimmer? Dobro jutro! Imate li slobodnu sobu? Für eine Person! Za jednu osobu! Ja, für eine Person! Da, za jednu osobu! Für heute! Za danas! Nein, für morgen! Ne, za sutra! Für eine Nacht! Za jednu noć! Nein, für sechs nechte! Ne, sechs noći! Ja, wir haben ein freies Zimmer! Da, imamo slobodnu sobu! Oh, das ist toll! Wie viel kostet das? Oh, to je odlično! Koliko je to? Einhundert euro pro nacht! Sto eura po noćenju! Was möchten Sie essen? Što bi volio jesti? www.penguin-audio-book.com 5. Ein großes Lager und Wasser, bitte! Nach dem Essen! Veliki Lager i Vodu, Molim, nachon obroka! Kann ich bezahlen? Mogu li platiti? Sicherlich! Das sind 18 euro! Sigurno! To će biti 18 eura! Vielen Dank! Der Zug hat leider verspätung! Hvala! Vla kasni, nažalost! Ja, es ist ein Fußballspiel in Madrid! Da, u Madridu je nogometna utakmica! Ja, da gehe ich auch hin! Wann kommt der Zug? Da, ja idem tamo! Kad će doći vlak? In einer halben stunde! Wann beginnt das Spiel? Za pola sata! Kada utakmica počinje? Ich möchte eine Fahrkarte! Želim kartu za putovanje! Eine Fahrkarte nach Ulaznica za Der Zug nach Madrid Vlakom za Madrid Der Zug von Madrid Vlak iz Madrida Der Zug von Madrid nach Paris Vlak iz Madrida za Paris Ersta, erste, erstes Prvi Ersta klasse Prvi razred Zweita klasse Drugi razred Eine einfache Fahrkarte Karta u jednom smjeru Eine Rückfahrkarte Povratna karta Nichtraucher Nema pušenja Nema pušača Um wieviel uhr fjert der Zug? Ukoliko saati kreće Vlak? Um wieviel uhr kommt der Zug an? Ukoliko saati dolazi Vlak? Wo ist der bus nach München? Gdje je autobu za München? Welche nummer? Koji broj? Welcher platz? Koje sjedište? Penguin or Earbook dot com 6. Der Fahrplan Razpored Razpored Der erste Zug Prvi Vlak Der zweite Zug Drugi Vlak Der nächste Zug Snedeči Vlak Der letzte Zug Posljednji Vlak Das Geld Novac Die Bank Banka Wo ist die Bank? Die Vekselstube? Mjenjačnica Ich möchte etwas Geld wechseln Htio bih promijeniti novac Kaufen Kupiti Ich möchte Euro kaufen Htio bih kupiti Euro Der wechselkurs Der wechselkurs Teče Wie ist der wechselkurs? Koliki je tečaj Kakav je tečaj Ich möchte ein besseres cimmer Htio bih bolju sobu Ich möchte ein cimmer mit bat Htio bih sobu skupaonicam Wie viel kostet es? Koliko to kosta? Sehr teuer Vrlo skupo Es ist zu teuer Preskupo je Haben Sie ein billigeres cimmer? Imateli jeftinju sobu? Haben Sie den Schlüssel? Imateli ključ? Es funktioniert Radi Es funktioniert nicht Ne radi 7. Nach rechts Na desno Nach links Na lijevo Gehen Sie nach rechts Skreni desno Ili Idite desno Gehen Sie nach links Skreni lijevo Geradeaus Ravno naprijed Die eke Kut Um die eke Iza ugla Die Straße Ulica Die Seite Strana Die andere Seite Druga strana Die andere Straßenseite S druge strane ulice Das Ende der Straße Kraj ulice Bis zur Bank Što se tiče banke Bis zur Ecke Sve do ugla Bis zum Ende der Straße Do kraja ulice Für wie viele Personen Za koliko osoba Ich möchte einen Tisch Für zwei Htio bih stål za dwa osobe Ich möchte diesen Tisch Htio bih ovaj stål Ich möchte den dort drüben Volio bih onu tamo Einen anderen Tisch Drugi stol Haben sie einen anderen Tisch Ima te li drugi stål Das Fenster Prozor In der Nähe vom Fenster Blizu prozora Ili Ublizini prozora Engwinaudiabook.com Acht Inbegriffen Uključeno Ist die bedienung inbegriffen Je li usluga uključena Ich möchte bezahlen, bitte Htio bih platiti, molim Zwei kafé, bitte Dvije kave, molim Möchten sie einen nachtisch Želite li desert Wie viel kostet das Koliko ovo košta Ich möchte etwas billigeres Htio bih nešto jeftinije Ich möchte so etwas wie dieses Htio bih ovako nešto Ich suche Ja sam u potrazi za Nein, nicht so Ne, netako Vielen Dank Puno hvala Bitte Molim Dieses Jahr Ove godine Nächstes Jahr Sljedeće godine Voriges Jahr Letztes Jahr Prošle godine In zwei Tagen Za dva dana Inahalp von zwei Tagen Uroku od dva dana Vor zwei Tagen Prije dva dana Zwei mal Dva puta Drei mal Tri puta Noch einmal Još jednom Wieder Opet Pünktlich Na vrijeme Penguin Audiobook.com 9. Wie spät ist es? Koliko je kasno? Acht Uhr Osam sati Es ist ein Uhr Jedan je sat Es ist acht Uhr Osam je sati Viertel nach acht Osam i petnaest Acht stunden und fünfzehn minuten Osam sati i petnaest minuta Halb noin Pola osam, pola devet Viertel vor noin Četvre do devet Acht Uhr fünfzig Osam sati i petnaest minuta Zehn vor neun Deset minute do devet Acht Uhr morgens Acht Uhr früh Osam sati ujutro Vier Uhr nachmittags Četiri sata popodne Acht Uhr abends Osam sati noću Vier Tko Vier ist es? Tko je to? Was? Što Was ist das? Što je? Was ist das? Što je to? Što je to? Was ist das dort drüben? Što je to tamo? Wie bitte? Što si rekao? Was sagten si? Što si rekao? Što si govorio? Wann? Kada? Wann fiert der Zug ab? Kada vlak polazi? Penguino-eerbook.com Welcher, welcher, welches? Koli? Welcher bus fährt nach Hamburg? Koji autobus putuje do Hamburg? Warum? Zašto? Warum nicht? Zašto ne? Wie? Kako? Wie geht's? Kako ide, kako ide? Wie geht es ihnen? Kako si? Wie viel? Koliko? Wie viele? Koliko? Wie viele kilometer? Koliko kilometera? Wie weit? Koliko daleko? Wollen Sie? Da li želiš? Möchten Sie? Želiš li? Vilc du? Želite vodu? Möchtest du? Biste li htjeli popiti vode? Ich spreche deutsch. Govorim njemački. Ich spreche nicht spanisch. Ja ne govorim spanjolski. Sprechen Sie spanisch. Govoris li spanjolski? Ein bisschen, ein wenig. Ma malo. Von hier nach dort. Odavde do tamo. Am Bahnhof. Na željezničkoj stanici. Auf dem Bahnsteig. Na platformi. Im Zug. U vlaku.